Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin. Es ist Mittwoch, der erste zweite 2017. Um 7.17 Uhr. Ich bin heute etwas später wach als gestern gewesen. Irgendwie so um, keine Ahnung, 6.40 Uhr oder so. Ja, und jetzt geht's gleich ins Büro. Ich bin ja die letzten beiden Tage, Montag und Dienstag, immer so gegen 7.30 Uhr im Office gewesen. Heute kann ich ein bisschen später los, denn heute ist Dirk, unser Frühaufsteher, der sonst immer so 7, 7.15 Uhr da ist, nicht im Büro. Der kommt erst um 10.00 Uhr. Und der nächste, der danach kommt, ist, glaube ich, Germain, der um 8.00 Uhr auf der Matte steht. Das heißt, ich werde jetzt ganz gemütlich noch was einkaufen gehen, bevor ich im Büro aufkreuze. Und ja, dann geht's um 8.00 Uhr los heute. Ich habe gestern an die 100 Briefe eingetütet. Wir haben gestern zusammen 100 Kündigungen fertig bekommen. Und mal gucken, wie viel wir denn heute schaffen. Ich werde heute wieder in die Tasten hauen und hoffen, dass es relativ schnell geht. Ja, und dann wird heute Abend wieder gespielt. Der Stream gestern war sehr angenehm. Ging zwar nur zwei Stunden, aber war super. Es waren jede Menge Leute auf YouTube dabei. Jede Menge ist bei mir immer so 4, 5 Leute parallel, konstant. In Summe hatte ich, glaube ich, 20 Zuschauer im Schnitt. Das ist für mich eine kleine Person im Streaming-Universum schon, wie gesagt, echt viel. Ich habe gestern Subnautica gespielt. Und dank der Mithilfe der Zuschauer habe ich es geschafft, endlich mal so eine Unterwasserstation zu bauen. Und das werde ich heute weiter fortsetzen. Mal gucken, was sich da noch so finden lässt. Also ich habe jetzt da erstmal ein paar Röhren verlegt und ein Gestell, wo die drauf liegen. Und dann gucken wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Ja, und danach haben wir noch Paladins gespielt von 8 bis 10, halb 11 irgendwas in dem Dreh. War sehr witzig. Wir waren teilweise zu fünft mit Max, Germain, Thorsten, Arno und Icke. Und es hat Spaß gemacht. Wir haben zwar mittlerweile festgestellt, woran es lag, dass wir die ersten fünf Spiele so super gut waren, weil es halt AI-Gegner waren, Bots. Aber ja, wir beißen uns da schon durch. Wir merken hier und da, dass es schon ein bisschen anstrengender wird, zum Ziel zu kommen. Aber das ist ja wichtig, um in dem Spiel auch besser zu werden. Ich habe gestern auch einen neuen Charakter ausprobiert. So einen Goblin in einem Roboter, in so einem Mech. Der gefällt mir ganz gut. Nicht wegen I-Mech, sondern in so einem Mech. Man sagt doch Mech dazu, glaube ich auch, oder? Der halt mit jeder Menge Wummen um sich schießt und relativ robust ist er auch. Ja, das ist es eigentlich. Heute Abend werde ich auch wieder streamen. So ab 20, nicht 20, ab 18 Uhr bis 20, 21 Uhr irgendwas in dem Dreh. Und bis dahin muss aber erstmal jede Menge Arbeit noch erledigt werden. Und das werde ich jetzt auch gleich tun. Also dann wünsche ich euch eine schöne Woche, bitte. Ich hoffe, ihr habt die Möglichkeit, ein bisschen länger zu schlafen und müsst nicht so früh raus wie ich momentan. Und ja, dann wie gesagt, kommt gut durch den Tag. Und bis heute Abend oder morgen früh. Ihr sucht euch aus. Also bis dann. Tschüss.